Ich muss erst noch das Sösschen her, wieviel bei ich habe. Komm, wink mal deine Fans. Das ist gar nicht so, was für Kunst ist. In der Hand schon Fans. Cool, ne? Das ist wie so ein Kartoffenkupfer. Das war mal Fleisch, muss man dazu sagen. Willst du noch ein bisschen Wasser dabei geben oder heute noch ein bisschen Salat? Das ist genau. Darf man nicht mehr stürzen. Ab der nächsten Episode sind wir machen Englisch. Dann wird Englisch gemanscht. Dann wird Englisch gemanscht. Es gibt ein Zehen. Das sieht aus wie das Chinesisch, oder? Fast. Das ist ein Schuss. Jetzt, wir gehen mal die Bilder. Alles klar. Jetzt haben wir noch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.